grösser ich war der hier die super elementar beschwerung ist da wie alle zwei monate freue mich total auf diesen tag aber nicht wegen diesem lausigen portal da habe ich noch nie was also ausgegeben abgesehen von den münzen die man so kriegt sondern weil das normalerweise gleichzeitig mit dem mythischen getan kommt mythischen getan wir wisst sind mir besonders wichtig das ist ein bereich vom spiel wo ich halt ursprünglich relativ gut war durch zufall so wie ich bin ich drauf gekommen und dann wenn man mal gut ist dann fühlen man sich halt dann ist das interessant erfahren und deswegen hängen wieder rein in dieses event ich werde dann noch ein bisschen über dieses und jenes reden beginne jetzt aber mit einer kurz vorstellung schauen wir wie kurz ist der neuen helden dieses portal jetzt beginn wir mal hat nur zu 0,2 prozent die vorgestellten helden sprich einen zu 0,1 prozent davon an bestimmten das heißt im schnitt über lange über viele spieler muss man 1000 beschwörungen machen um einen bestimmten davon zu kriegen beziehungsweise auch genauso nicht noch 1000 beschwörungen im schnitt hätte man beide in der praxis kann sein dass jemand 3000 beschwörungen braucht und vielleicht noch immer nicht beide hat also sprich die helden müssten schon wirklich gut sein dass es sie auszahlt dafür zu beschweren und das spiel müsste ziemlich brutal designt sein was es eigentlich ist wenn sie dann diese helden wirklich gut machen würden weil das würde bedeuten dass die leute die so viel ausgeben hat noch mehr vorteil haben als sie vielleicht sowieso schon haben also was haben wir dafür noch weiter zu 2,3 prozent gibt es an anderen legendären helden ihr vorher durchgezählt das sind 51 andere blaue helden das heißt ungefähr ganz überschlags mäßig zu 0,05 prozent kriegt bei einem bestimmten anderen es ungefähr jede 2000 erziehung ja also ob das portal es ist schon so für manche spieler ist es portal jetzt auch nicht schlecht gott für eher anfänger mit eher frischen accounts die zum beispiel noch kaum der siegen am grund pech gehabt haben bei blauen helden und keine blauen fünfer gekriegt haben und hat doch was gar nichts sonst zu haben für die die könnten vielleicht überlegen dass sie da was ausgeben aber ganz generell es hängt sehr davon ob wie gut die anderen hätten die im portal sind es wie weit die einen selbst weiter bringen würden in meinem fall ihr vorher durchschaut es gibt dabei nur ungefähr fünf helden die im achsen wird weil viele von den anderen guten habe ich schon und manche brauche heizertag nicht mehr ich habe mir das vorher rausgeschrieben jetzt aber nur kurz wen wer wer für mich super das wäre mit nummer drei milena tätis quintin bengi als weiter dort loki ja das war es dann so ziemlich an deo bald würde vielleicht für türme aber ich glaube ja nicht würde er nicht wirklich brauchen so schaut das bei mir aus das ist natürlich bei anderen spielern anders aber ich weiß nicht ob das da erwähnt wird irgendwo es sind ja nicht alle blauen helden im portal sondern nur die blauen helden die vor mehr als 180 tagen also vor mehr als einem knappen halben jahr rausgekommen sind und das bedeutet dass hat die besten teilweise die besten soll zum beispiel der neue blauen hin schon mit und design hat noch nicht drin und zumindest für mich ist es dadurch uninteressantes portal da müssten die helden schon ganz besonders sein und jetzt reden wir über die beiden anzieher mittelschnelle klerikerin alle verbündeten nutzen 75 prozent des annittenden schadens für einen gegenangriff plus zusätzlich 7 prozent erhöhung für jeden eisschild auf dem feld für fünf runden bis zu insgesamt maximal 159 prozent schaden und dann nur alle eisverbündeten stellen für fünf züge bei jedem gegenangriff eine moderate menge mana wieder her der effekt verringert sich bei aufeinander folgenden aktivierungen während desselben zugs ja was soll ich dazu es ist gegenschlag es ist unter den gegenschlägern wird sie bestimmt eine der besten sein weil heute alle helden also alle verbündeten wochen gegenschlag und für fünf runden was er ziemlich lang ist es bleibt aber halt einfach gegenschlag ich glaube wie die meisten anderen gegenschläger auch ist es auf einem höheren niveau eher dass sie im angriff einsetzbar sind das problem ist nur dass derzeit da so viele devs unterwegs sind die verhindern dass man verzauberung drauf gibt es hat wenn dann kann man im moment sowas fast nur spielen in kombination mit einem reiniger und dann ist die frage ob das jetzt wirklich besser ist als dass man die eigenen helden schützt wenn ich mir das anschauen oben auf der einen seite 75 prozent gegenschlag für alle ist schon mal gar nicht so wenig das haben glaube ich andere helden die auf alle gegen gegenschlag machen und war nicht so viel anderen betrag das geht drauf bis 159 wenn man mehr es schilde hat ich glaube dass es nicht so extrem entscheidend ist ob das jetzt höher oder niedriger ist weil in der praxis ja gott zumindest bis beim angreifen gott die devs haben ja hauptsächlich flächenschaden und wenn du jetzt der dev hält aber wenn er nur zwei helden trifft und drei gegner ist wenn der zwei helden trifft mit seinem schaden dann reicht es auf schaust dass er einen richtig harten schlag nimmt bei drei ist er glaube ich schon mit die 75 prozent ist er ziemlich tot und wenn er wenn irgendein hit all gegner hat fünfmal den schaden nimmt denn er selbst austeilt dann ist er im normalfall tot also vielleicht jetzt nicht gerade bei 75 das wird ja in der praxis nicht so oft vorkommen aber sagen wir es sind drei blaue steine und da steht jetzt der 96 dann sind die meisten helden im jenseits und der höchste betrag ja in der dev ist vielleicht das relevanter weil man da ja mit den steinen seine helden aufladen muss und desto schon sehr weh dort wenn die steine hat es den schaden verursachen ja und das zweite diese zweite fähigkeit ist prinzipiell schon eine ziemlich mächtige aber sie gilt halt nur für alle eisverbündeten das heißt es wird ob und zu mal eine turnierform geben irgendein bonus booster turnier wo anzieher also wenn grün gesperrt ist wo anzieher vielleicht ein top denke ist ob sie deswegen besser als alle anderen optionen das ist wieder andere frage aber da wird anzieher auf jeden fall ein sehr guter denk sein nur ja nur wenn es war ein turnier also familienbonus ist der gleiche wie immer bisher bei diesen super elementar helden der erste äußern ist das extra finde ich empfinde eher als psychologisch gut stärken kann jetzt sagen ob du nie so ein elementarhelden selbst gehabt aber wenn in der devs war hält steht und da werden die steine verändert dann habe irgendwie das gefühl dass druck auf mich ausgübt ist und also wird und keine ahnung ob deshalb anders oder schlechter spiel so viel schaden wochen die steine dann nicht aber irgendwie ich weiß nicht es stört mir wenn sie verhandelt werden so ein bisschen wird ein einfluss haben wirklich von der spielmechanik her und diese fähigkeit mit truppenschaden jr die ist praktisch bei titanen wird schon ab und zu in normalen rätten so schon einen vorteil bringen aber glaube nicht dass das so das wichtigste ist insgesamt anzieher für mich ja eine gute gegenschlägerin aber ich bin kein riesenfreund von gegenschlägern die nicht andere gute vorteile haben und ihr zusätzlicher vorteil gilt halt nur für eis helden und ja und das ist eine fähigkeit in der dev stärke ich glaube dass ich würde sie glaube ich nicht machen wenn ich sie ziehen würde obwohl sie zwar seltener hält ist und ganz neu und so weiter aber nein und jetzt gehen wir zum zweiten helden der ist oder recht interessante es ist interessant designt ein papa in schnell zänger und er fügt dem ziel 200 prozent schaden zu das ist einmal sehr wenig ist dass diese die dritte den dritten teil vom special das ziel erleitet 417 frost schaden über drei züge das ist noch immer ziemlich wenig und jetzt kommen die beiden anderen effekte wenn das ziel das element feuer hat wird nahe hingegen an 450 prozent schaden zugefügt und unten name wenn das ziel das element feuer hat erhalten nahe gegner 540 frost schaden über drei züge das heißt also er kann sehr gut bestrafen dass der gegner feuer helden aufgestellt hat für die dev ist das einmal gänzlich uninteressant weil natürlich keiner mit roten helden angreifen wird und das ist dann ein ziemliches bösen hammer da hat man der steier mag bei uns sorgen also sprich ein angriff der nichts macht sehr sehr wenig macht im angriff wenn der gegner feuer helden hat das muss man sich zu überlegen ist es jetzt gut wie gut ist es in der praxis haben wir die meisten devs vielleicht einen vielleicht einen zweiten aktuell bei uns haben die meisten gerade einmal einen alu card in der ecke stehen natürlich gibt es manche die haben mehrere helden stehen und weiter hinten wird wahrscheinlich viele rote helden geben die unterwegs sind aber trotzdem ist es nicht unbedingt standard dass mehrere drinstehen vielleicht ob und so zwei wenn man so ein held anziehen kann dann ist hat man damit ein wirklich mächtiges special 450 prozent schaden ist so ist so viel wie bisher wie wie früher solche shooter normalerweise auf einen gegner nur gemacht haben und das war schon ausreichend sozusagen wenn das hier gibt dass er roter hält also auf den mittleren drei positionen steht man den treffen kann dann macht zengar sehr viel schaden zusätzlich gemeinsam mit dem tod denn ja in der def die wenigsten helden reinigen können wird es nicht lang dauern und die helden sondern dort auch die beiden links und rechts davon jetzt ist aber die frage wie praktisch ist es eigentlich weil selbst wenn der gegner zwei rote helden stehen hat dann kann er zengar auch wirklich nur auf die beiden feuern und kann also nur den helden links und rechts davon so richtig viel schaden machen das kann extrem mächtig sein es kann aber passieren dass der kampf von den steinen herr so verläuft das ganze andere hält im moment gefahr ist zum beispiel der rote hält selbst gegen den aber wenig schaden macht ja also wenn mehrere rote helden in der tipp stehen ist zengar auf jeden fall ein top angriffsheld er wird aber für mich jetzt nicht er klingt für mich ein bisschen zu zufällig also beziehungsweise nur für nur wirklich stark gegen bestimmte teams und gleichzeitig selbst wenn diese bestimmten teams stehen dann wird man wenn mehrere feuerhelden stehen dann wird man wahrscheinlich besser fahren indem man einfach einen ganz normalen kill 3 stack in blau mitnimmt dann macht man steinschaden zusätzlich haut man seite sowieso nie dann macht es jetzt nicht so viel mehr wert dass zengar eben viel schaden macht und ja er wird also ich sage jetzt nicht dass er schlecht ist die wert der schaden ist sehr hoch und es ist ja selbst vielleicht manchmal bei events gar nicht so schlecht wenn man weiß wenn man sieht bei der postwelle ist der denk der von den drei helden hinten in der mitte ist rot dann macht zengar mehr schaden als die meisten anderen vor allem als die meisten schnellen helden ich glaube er macht da sogar ein bisschen mehr wenn man sich ausrechnet macht da ein bisschen mehr schaden selbst als fett ist selbst als probo zum beispiel aber das ist ja da nur bei bestimmten levels so dass genau der letzte gegner in der mitte hinten rot ist und meistens an der vorher wird es davor muss man sich einsetzen also wenn ich darüber nachdenken in manchen bestimmten situationen sehr stark aber für einen durchschnittseinsatz wenn man bedenkt wie selten der ist und die spieler die ihn kriegen werden ja wahrscheinlich insgesamt es im schnitt zumindest viel geld ausgeben und die haben dann glaube ich helden die universell besser sind ja wie gesagt portal ist ein ganzer für manche wird es interessant sein ich würde aber stark davon abraten so wie es bei uns einer gerade macht dass man relativ viel geld ausgibt nur wenn man genau miki ziehen will weil gerade miki da jetzt ist so ich werde die fünf beschwörungen machen ich habe die habe ich von irgendeinen von seiner beschwerungs bonanza glaube oder so irgendwie und 100 keine ahnung wo die dabei waren ist jetzt gar nicht wohl aber irgendwo müssen es beim angebot auch dabei gewesen sein natürlich werde das dann durchspieler der blöcke spielt es dann sind es noch zwei münzen also ich setze es ein weil es jetzt für mich eine extra sinn macht auf die anderen monatshelden zu warten wenn aber wirklich ganz tolle dabei sind vielleicht beschwert ein bisserl ich mache die fünf schauen wir vielleicht kommt ja miki nummer drei oder noch besser wäre natürlich wie nena oder tätis erwarte natürlich gar nichts aber ich kann kein blaue futterhelden brauchen weil ich die letzten stufen vom limit break von banken noch machen muss für den mythischen getan wo ich gerne kurz hin schaue ich meine nur drei stern helden ist natürlich auch nicht lustig in vier stemmen na gut soviel zu einem portal wie gesagt eher finger davon lassen wenn es nicht wirklich unbedingt an blauen helden braucht und nur keine fünf stand ob es da war dann schlechtes portal jetzt schauen wir was hat sich getan herausforderungsquest challenge festival 1 so ist vorbei ich spiele immer die erste und zweite stufe auf die belohnung wo man einen vier stern aufstiegsmatz kriegt und probiere nicht zu viel auszugeben nicht so viel zu investieren also 300.000 legendär schaue normalerweise in top 100 zu kommen da gibt es dann zwei vier stern aufstiegsmatz dieses mal bin ich eigentlich locker angangen wo steht jetzt unten da habe ich meine mächtigen kuhfuß sie machen schon viel schaden dieses mal habe ich eigentlich schon glaubt ja ich spiele locker dahin und es wird sich wahrscheinlich nicht ausgehen ohne viele einsatz und dann habe ich auf einmal bei level 9 und 10 solche monster boards gehabt dass sie nur mit den beiden boards so viele punkte gehabt habe dass sie fast von der stufe top 1000 auf top 100 also von dem was hätten ungefähr was er erreicht hat sonst in die top 100 kommen werden habe ich ein bisschen weiter probiert in wahrheit hat es mir dann fast geschadet dass ich so gute boards gehabt habe weil ich dann nicht so viel bei anderen verbessert habe und habe dann aufgehört weiter zu buschen weil sonst mit den beiden levels wäre eigentlich der aufwand für top 10 was ich bei challenge wenn es eigentlich überhaupt nie angeht normal weil das so viel aufwand ist für wenig nutzen habe ich mir gedacht wäre fast wert also nur als größenordnung ich habe auf level 9 134 900 punkte gehabt und auf 10 135 1600 von ich glaube also ich habe nirgends bis jetzt gesehen dass beim challenge festival jemand in den sphären gepunktet hat das ist nicht weil ich das büro ich mir jetzt nicht was ein dass ich das jetzt so toll gemacht habe einfach unglaubliche boards gehabt einmal ein sehr gutes board und eine kiste dazu und einmal einfach so einen wenn sie das waren 26 sekunden level mit einer riesen combo wo quasi das ganze board auf einmal abgegangen ist ja jetzt muss ich mich beeilen bei kiste ist zu füllen die muss ich dann füllen also noch der blick genau da hätte ich noch her schauen zum turnier drei stern sturmangriff hasse ich einfach jetzt wieder nicht sagen es ist das problem ist einfach wie will uns ein paar andere und die kombination dass selbst mit wie heißt jetzt mit zarel nur einige helden in sechs steinen im angriff laden können und dadurch kann man schwer solche teams aufstellen wie bei fünf stern mit denen mal für sechs steine die gegnerischen tanks neutralisieren kann und es ist einfach wenn man sieben steine braucht ist wie will und aber andere helden bei den gegnern sind einfach so es ist so ja ich rede nicht gern davon von glückssache aber es ist eine glückssache und man kommt wirklich fast nie mehr raus natürlich gibt es genauso dort wo man entscheiden kann gleich wie bei jedem anderen format aber es ist einfach ein format das mit zu wenig interessiert ist also mit richtig rein hängen und deswegen habe ich da jetzt der ok einen angriff habe ich noch jetzt trotzdem live zum beispiel mit dem team habe ich gespielt wie er blau wer grüner denkt war vorher und würde wieder gehen so ähnlich sonst bin ich selbst mit julis im angriff aber ich überlege jetzt nicht extra herum ob jetzt also er werde jetzt von mir aus dem turnier jedenfalls keinen tag mit videos sehen einfach weil es mir zu wenig spaß macht und ja das war es die kämpfe dauern kurz meine def ich finde das schon dass zarel da so einen wert hat dass zarel für die spieler die sie haben in jeder rastehen sollte sie ist selbst von der fähigkeit sehr stark 260 prozent schaden auf alle minus 34 prozent angriff für fünf runden und das letzte jahr wird auch mal was bringen und vor allem beschleunigt sie alle helden wenn man das team richtig zusammenstellt um fünf prozent das ist einiges wert und sie nimmt dann nur die hälfte vom def dann vom gegner weg ja gute heldin deshalb habe da jetzt im gegensatz zur sonst oft bei waschen nur einen schlechter stehen weil der sonst den bonus von zarel nicht kriegen wird und ja ist schwierig inzwischen wo immer neue helden sonst rauskommen haben jetzt eh nicht mehr alle mewes und morins platz meine def jedenfalls ich erwarte mir dass sie sehr selten angegriffen wird ist bei mir immer bei drei stern zwei weil ich dann nicht so hohe truppenstärke also sowohl helden als auch truppenstärke habe dadurch werde nicht oft angriffen und ich hoffe dass sie die bohrangriffe gehen so und jetzt noch der blick zum mythischen die dann er läuft zeit was haben wir seit dreieinhalb stunden und es zeichnet sich das übliche bild ab bengi überall bengi 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 und wenn man gerade aufs erste schauen ja die gazelle passt sehr gut ins de bengi team dazu vor allem jetzt zu diesem speziellen bengi also dem speziellen titanen weil der ja als gelber genauso wie der lila titan doch den kann man nicht mit blau als starke farbe angreifen außer mit lokalax aber den wir nicht spielen nehmen wir an was will ich damit sagen der steinschaden den man verliert dadurch dass dort nur gelber held ist anstelle eines blauen helden der ist jetzt nicht so extrem relevant und der angriffspust macht aber schon sehr viel aus für die pinguine und deshalb ist dieses team wo man jetzt ohne gländer spielt weil die gazelle verhindert dass dass man solche bohne hat ist auf jeden fall mit eines der besten ob das jetzt der ausreise ich glaube das zweite oder dritte ja die davon sind gleich zwei gazellen aber das sind alle möglichen konstellationen und ich glaube dass der unterschied nicht sehr groß ist man kann mit adena spielen man kann mit gländer spielen man kann da sieht man mit der so ist das ist vielleicht der beste davon mit doppelt kostümierten magne für special def dann also das sind alles optionen und ich glaube dass der unterschied relativ gering ist und dann mehr von bord und halt vom geschick wie man hat das wie oft man seine helden laden kann was das ja wohl auch mit geschick zu tun hat wenn bengi teams also das hauptsächlich davon kommt wenn wir jetzt rüberschaut was eher relevant ist über einen längeren zeitraum über drei angriffe das haben in dem fall jetzt wieder gott wieder welche ohne die gazelle fand ich glaube das ist wirklich sehr ähnlich das taugt mir dass du jetzt endlich auch ein lila team vorn dabei ist ich glaube nämlich dass lila sehr wohl auch sehr gut ist also ob es jetzt der die bengi ist ja wie vorher schon gesehen der hat es falsch aufgestellt dass gazelle keine minions kriegt trotzdem viel schaden gemacht oder doch gelb das ist einer von unserer allianz hat sich schon gefreut weil mit gelb sind vier und halb millionen mit drei angriffen ist recht gut also es werden die bengi teams die besten sein und es vor allem weil sie so konstant den schaden machen es gibt einfach keinen angriff der man mit doppel bengi macht der weniger und wenn man ihn gut spielt der weniger ist sag mal 1,4 millionen machen sollte also das geht fast nicht wenn man es nicht fast bewusst darauf anlegt wenn man die guten helden dafür hat bei den anderen farben ist so ich glaube schon dass da vorne ausreißer kommen werden mit richtig hohen schäden jetzt muss ich schauen habe ich das offen noch ich habe es noch offen die ergebnisse nämlich vom letzten mal da habe ich einen angriff mit 1,82 millionen gehabt mit gelb und wenn man jetzt sagt es gibt es doch ein bisschen es hat sich alles ein bisschen entwickelt ein bisschen mehr truppen oder kostümierter leonidas hat jetzt das doppelkostüm bei mir macht barbaren schaden viel weil er dieses super talent hat ein bisschen mehr angriff und so also ich glaube schon dass ein paar prozent wird der schaden gestiegen sein es ist jedes mal so also so hohe schäden sind auf jeden fall auch mit gelb und mit lila möglich mit lila vielleicht sogar noch mehr wenn man die neuesten helden hat aber das entscheidende ist wenn das board nicht so gut ist dann kann es damit passieren das letzte mal da angriffe gehabt mit nur genau einer million habe ich zwei angriffe gehabt das kann eben auch passieren und eine million da fällt mir dann im vergleich zu den bank ist die eben fast garantiert ihre 1,34 millionen haben fällt mir ziemlich zurück ja mal schauen wie es ist bei mir ausgeht ihr war ein ich habe inzwischen zwei bank ist und ich habe sowohl in gelb als auch in lila ein fast perfektes team aber es gibt inzwischen gerade wenn drei farboptionen sind gibt es sehr viele die so gut aufgestellt sind und es gibt eben manche spieler die haben sechs oder acht bank ist und das wird halt einfach schwierig aber trotzdem mein ziel ist wie ganz vorne stehen am schluss schauen ob es geht zumindest irgendwann vorderen bereich willkommen und das allianz ist natürlich auch ganz wichtig wir waren bis jetzt immer erster wir wollen erster bleiben unsere haupt konkurrenten sind immer chipset ender und meines wissens noch haben die bei den bank ist ziemlich aufgerüstet schauen wir wie es läuft ich glaube schon dass wir noch favorit sein aber so wie recht lange als möglich erzählt jeder hätte wir wollen hätte gewinnen gewollt hätte sofort noch der vorstellung der helden abtrennen können bei denen die bis jetzt durchgehalten haben danke dass man so lange zuhören wollte macht es gut bis bald